Grüezi und herzlich willkommen. Ich bin Müllers Joshua und seit 35 Jahren beschäftige ich mich mit Computertechnologie. Neben den technischen Aspekten interessieren mich natürlich auch die Verdienstmöglichkeiten mit und in der Blockchain. Dieser Kanal richtet sich an Investoren, welche die dahinterliegende Technologie besser verstehen möchten. Wer nur schnell reich werden will, ist hier wohl eher falsch. Interesse ist ja bekanntlich der beste Lehrer. Alles, was ich gelernt und verstanden habe, dokumentiere ich wöchentlich auf diesem Kanal. Herzlich willkommen.